Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 489. Mein Name ist René, außerdem mit dabei Frau Patricia. Hallo. Und das ist quasi auch der Rest vom Schützenfest. Die anderen sind abkömmlich in Form von Arbeit. Eigentlich war geplant, dass der liebe Marvin hier noch spontan mit dabei ist. Der muss noch leider gerade aufgrund der Situation, dass Königin Elisabeth verstorben ist, Sonderschichten beim HR schieben, vollkommen nachvollziehbar. Und ja, herzliches Beileid natürlich an die Familien. Das muss man an dieser Stelle einfach auch mit erwähnen. So, wir wollen heute dann aber in kleiner Runde ein bisschen sprechen über die Eintracht. Und klar, am Anfang machen wir hier auch ein bisschen Housekeeping. Das halten wir heute auch ein bisschen kürzer. Wir sagen danke für all den Supporter draußen. Und wenn ihr uns auch hier unterstützen wollt und dafür mit beitragen wollt, dass wir hier, ja, wie diese Woche zum Beispiel in kleiner Runde dann gleich über die Eintracht und ihr Champions League Debüt sprechen, dann könnt ihr uns unterstützen auf eintracht-podcast.de. Und dort findet ihr alle Informationen. Und nächste Woche habe ich auch wieder Namen rausgesucht, die wir hier dann erwähnen können von Menschen, die uns Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank. So, und jetzt sprechen wir über die Eintracht und ihr Champions League Debüt. Gestern Abend 18.45 war Anstoß. Das heißt, so rund um 18.42, 18.43 war, ja, Champions League Hymne im eigenen Stadion. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hattest du Glück, was das Ticket, was die Ticketlotterie anging. Du hattest Tickets, nicht wahr? Ja, genau für das Spiel. Ist auch das Einzige. Aber man ist ja schon froh, wenn man überhaupt irgendein Ticket irgendwann abbekommt. Ja, also mehr geschafft als ich. Ich habe keine gekriegt, aber nun gut. Ja, und ich hatte auch große Angst, dass ich das gar nicht wahrnehmen kann, das Spiel, weil ich eigentlich eingeteilt war bei der Arbeit und habe dann so rumgeschoben und irgendwie gefragt, können wir Dienste tauschen? Und das hat zum Glück geklappt. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ey, ich hätte so geheult. Aber ja, okay, ich habe gesehen, es gab viele Gesuche irgendwie, tauschen, auch, keine Ahnung, Leute, die Tottenham-Karten bekommen haben, wollten dann Sporting. Und es ist wahrscheinlich, irgendwie kriegt ja auch immer jeder das, was ihm am wenigsten passt, gefühlt. Von daher, da hätte sich bestimmt was ergeben, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das jetzt wahrnehmen konnte. Ist halt auch nochmal was anderes, was halt einfach das erste Spiel ist, ne? Genau. Ich war halt schon auch sehr happy, dass das so, du weißt halt, das kann dir halt auch wieder keiner nehmen. Das ist so, du bist dabei, wenn die Eintracht zum ersten Mal in der Champions League aufläuft. Und vollkommen egal, gerade das Ergebnis, du warst bei diesem historischen Moment dabei und das ist irgendwie gerade alles, was zählt. Von daher sehr, sehr dankbar und glücklich, da dabei gewesen zu sein. Das kann ich zu 200 Prozent nachempfinden, auch wenn ich es nur am Fernseher verfolgt habe. Aber ich muss sagen, also stimmungstechnisch vor dem Spiel war die Eintracht sowas von auf Champions League Niveau. Ich meine, dass eine große Choreo zu erwarten war, war klar, dass man eine Choreo auf die Beine stellt, die sich quasi über alle vier Tribünen erstreckt. Und war Hut ab an all die, die das vorher organisiert haben, da die Fähnchen vorher im Stadion zu verteilen, auch zu gucken, dass das halbwegs koordiniert ist mit dem Wechsel dann von Weiß auf Schwarz und so weiter. Also echt Hut ab und dann auch die großen Blockfahren da dann zu malen und so weiter. Also war schon definitiv ganz oberes Niveau, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das war auf jeden Fall Champions League reif. Und lautstärketechnisch auch. Also man konnte so über den Verlauf der Vorberichterstattung bis dann zum Anpfiff und dann so die ersten Minuten eigentlich miterleben, wie der Tontechniker bei Datzen, glaube ich, wahnsinnig geworden ist. Weil der immer weiter das Mikro von Marco Hagermann aufdrehen musste, dass der überhaupt noch zu hören war. Aber es war halt, also am Fernseher war das zumindest echt schwierig, da den Kommentator noch zu hören, weil du hattest so viel Hintergrundgeräusch, weil da so eine Stimmung im Stadion war. Ich weiß gar nicht, wie war das im Stadion, war das da, also war das so, wie es mir vorkam oder war das ein bisschen übertrieben dann am Ende? Nee, doch schon. Ich fand es auch schon sehr, sehr laut. Vor allem, ich saß ja wieder mal Richtung Ostkurve, also dort, wo die Haupttribüne in die Ostkurve übergeht quasi an der Kurve, also am Stadion-Eck im Oberrang. Und das sind ja halt eigentlich Plätze, wo es vielleicht dann auch mal ruhiger ist oder Leute jetzt nicht so wirklich viel mitmachen. Das ist ja schon durchaus vorgekommen, aber vor allem in der ersten Halbzeit und so zu Beginn des Spiels war es da auch richtig laut. Also da hat wirklich jeder mitgemacht, jeder stand und es war schon echt, echt laut. Also das ganze Stadion, egal wo du hinschaust, alle haben mitgemacht. Das war schon richtig gut. Und ich finde, das hat dann so ein bisschen natürlich im Spielverlauf nachgelassen, aber ja, anfangs auf jeden Fall richtig, richtig gute Stimmung. Und ich finde auch generell über das ganze Spiel hinweg war das von den Rängen auch eine starke Leistung, muss ich sagen. Und ja, auch wenn einige Leute das Stadion sehr, sehr früh verlassen haben. Wollte ich gerade sagen, also bis auf die Pappnasen, die irgendwie meinen, in der 75. gehen zu müssen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, eine Bahn früher fahren wollen oder irgendwas. Ey, hört doch einfach auf ins Stadion zu gehen. Lass den Leuten Karten, die da hingehen wollen, die auch die 90 Minuten plus x dann da bleiben, die die Mannschaft unterstützen. Es ist das erste Champions-League-Spiel und da gibt es Horden von Menschen, die ab der 80. da irgendwie rauslaufen. Ey, fickt euch. Ich denke mir halt, es soll ja jeder machen, was er will. Ich verbiete ja auch keinem, sich frei zu bewegen. Mein Gott, wer bin ich? Ja, aber es ist halt, es fühlt sich falsch an und es ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, mir wird es halt nicht in den Sinn kommen. Und wenn es jetzt ein, zwei Personen sind, die wirklich wegen irgendwas Dringendem los müssen, aber das waren ja wirklich sehr, sehr viele Leute. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle irgendwie ganz, ganz dringend los mussten. Das war halt wirklich wegen irgendwie, ja, vielleicht für sie waren das dann große Gründe, eine Bahn früher zu bekommen oder nicht im Stau zu stehen. Keine Ahnung, aber das war halt das erste Champions-League-Spiel. Also ich verstehe es jetzt nicht unbedingt. Ich muss es auch nicht verstehen und ich muss es nicht gut heißen. Genauso können die aber auch sagen, hey, keine Ahnung, es geht dich nichts an, warum ich gehe. True, aber ich finde es halt trotzdem nicht geil, ne? Ja, man sagt ja auch keiner, dass man danach dann noch irgendwie 30, 40 Minuten plus bleibt, um dann irgendwie die Mannschaft zu unterstützen. Auch wenn ich finde, dass die Mannschaft es durchaus verdient hat, weil es ist nun mal auch was Einmaliges. Und sie hat auch im letzten Jahr halt einfach viel dafür getan, genau an dieser Stelle zu stehen. Aber halt dann wirklich einfach früher aus dem Stadion rausgehen, also weiß ich nicht. Aber das muss ich loben. Also das fand ich richtig gut, auch von der Kurve vor allem, wie die Mannschaft nach dem Spiel dann aufgefangen wurde. Klar, wir kennen das eigentlich, egal was passiert, die Mannschaft wird unterstützt. Aber es ist halt dann natürlich auch bitter, wenn du da 3-0 aus diesem Spiel rausgehst. Wir kommen ja dann nochmal zum Spiel. Fand ich trotzdem sehr, sehr aufmunternde Atmosphäre für die Mannschaft. Dieses Jahr dann auch nochmal einmal ums Stadion gegangen und irgendwie von allen Rängen kam Applaus und Aufmunterung. Und dann noch natürlich das obligatorische Auswärtssieg am Ende. Und ich glaube, das hat ehrlich, das tut den Jungs sicherlich auch gut. Also die stehen dann da auf dem Platz und kriegen irgendwie mit, okay, pass auf, die stehen trotzdem hinter uns. Und egal, das nächste Spiel, da machen wir es halt so. Du musst halt erstmal reinkommen. Das war jetzt ein großes Spiel, klar, aber mein Gott, das ist jetzt auch noch nichts verloren. Aber da muss ich wirklich sagen, das war eine gute Geste und es hat sich auch richtig angefühlt, die Mannschaft da irgendwie nochmal mitzunehmen. Ja, kann ich vollstens nachvollziehen. Und klar, verloren ist da jetzt noch nichts. Das war das erste von insgesamt sechs Gruppenspielen. Klar, wäre ein weniger deutliches Ergebnis, wenn man schon verlieren muss, auch, glaube ich, ganz in deren Sinne gewesen. Dann auch mit so Blick auf Tordifferenz und so weiter. Aber gut, es ist dann am Ende, wie es ist und es ist dann einfach auch wichtig, und das finde ich, hast du komplett richtig gesagt, wichtig von der Fanseite her der Mannschaft zu zeigen, dass man das auch honoriert und anerkennt, dass sie eben da ist, wo sie, wie gesagt, heute steht. Und ja, wir haben ja noch ein paar Chancen, um das zu korrigieren. Lass mal so Richtung Spiel gucken. Aufstellungstechnisch gab es ja am Ende nur, oder am Anfang, nicht am Ende, am Anfang, nur eine Änderung. Ibimbe von Anfang an für Rode, der sich ja im Spiel gegen Leipzig eine Muskelverletzung im Oberschenkel, glaube ich, zugezogen hat. Und jetzt auf jeden Fall für längere Zeit ausfällt. So ein bisschen unklar, wie lang es jetzt wirklich ist. Ob das jetzt nur irgendwie bis nach der Länderspielpause in drei Wochen ist, oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Damit Ibimbe von Anfang an, der aber ja auch vor dem Spiel gesagt hat, ja gut, dann haue ich halt einfach defensiv alles weg. Also der hat auf jeden Fall den Kampf angenommen. Und ich fand auch, die ganze Mannschaft hat von Anfang an den Kampf aufgenommen und hat auch versucht, da direkt genauso offensiv, wie sie es am Wochenende gegen Leipzig gemacht haben, da auch reinzugehen, mit viel Pressing, mit hohem Anlaufen. Und man hätte ja nach 90 Sekunden auch die Chance gehabt, wenn halt Moani nicht versucht hätte, das Ding irgendwie flach da reinzuschieben, sondern halt einfach den Mut gehabt hätte, da mal so einen Chipball auszupacken. Dann hätte es nach 90 Sekunden 1-0 gestanden und wäre der Spielverlauf mit Sicherheit ein anderer gewesen. Ja, ich glaube, das verfolgt den auch. Also ich weiß nicht, wie gut der die Nacht geschlafen hat, weil das war schon eine sehr, sehr große Chance, muss man sagen. Klar, will man es ihm übel nehmen? Nein, natürlich nicht. Ich meine, krasser Spieler immer noch, aber das wäre halt, ich glaube immer noch, wäre das Tor gefallen, hätte man das Spiel gewonnen. Weil ich finde, die Eintracht war generell die ganze erste Halbzeit richtig, richtig gut im Spiel, zu 100 Prozent da. Also wie die die Zweikämpfe angenommen haben, wie die gepresst haben, wie die auf den Gegner draufgegangen sind. Es waren immer ein, zwei, drei Mann zum Teil am Gegner, am Ball und das war schon wirklich eine krasse, auch so kämpferische Leistung. Und du hast gemerkt, die brennen, die sind zu 100 Prozent da. Ja, und das hat sich auch so auf die Ränge übertragen oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall so eine richtig gute Stimmung und man hatte so dieses positive Gefühl, okay, hier geht heute was. So, wir sind da, das ist unser Heimspiel. Und ja, dass dann das Tor nicht fällt, war halt wirklich ärgerlich, weil du dir denkst, eigentlich, also vor allem diese Moani-Chance, das war, glaube ich, die größte Chance, die es gab in der ersten Halbzeit. Aber es gab ja auch noch andere und auch Möglichkeiten, ich würde jetzt nicht direkt Chancen sagen, aber die Eintracht hatte vor allen Dingen viele Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Und dass da gar nichts genutzt wurde, hat dann wahrscheinlich auch am Ende das Genick gebrochen. Weil ich glaube, du hättest Sporting wirklich schon von Anfang an wirklich, ja, unterbuttern können. Also ich fand, die haben auch gewirkt, als wüssten sie nicht so recht, wohin und was geschieht am Anfang. Und hätte man diese Drangphase der Eintracht, hätte die irgendwie besser genutzt werden können, glaube ich, wäre Sporting nicht mehr zurückgekommen. Ja, also wie du schon sagst, es gab viele Möglichkeiten, nicht wirklich Chancen, aber man hat sie in der Tat ja relativ gut unter Druck gesetzt. Ich fand, die Eintracht hat das durchaus sehr ordentlich mit dem Pressing gemacht, sie immer wieder unter Druck gesetzt. Da gab es ja auch die eine Situation, wo sich dann da ein Götze im eigenen Sechzehner den Sporting-Spieler dann da unter Druck setzt und sich ein Kamada dann da den Ball schnappt. Oder auch Chancen, wo dann ein Götze den Ball halt einfach auf außen legt und ein Jakic den Ball reinflankt, wo es dann auch am Ende nur wieder so ein Stück weit gelegen hat, dass sich Moani, der an dem Tag so den ein oder anderen, die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen hat, mehr in die Mitte orientiert hat und weniger auf den kurzen Pfosten. Weil wenn er auf den kurzen Pfosten gegangen wäre, dann hätte er wahrscheinlich den Ball vor dem Torhüter gehabt und dann wäre es auch nochmal eine andere Situation gehabt. Also man hat schon gemerkt, man war sehr bemüht, aber ich fand, man war auch so ein bisschen vielleicht auch durch die Situation verunsichert, weiß ich jetzt nicht, aber das ist natürlich schon auch, man merkt die Spannung auf den Rängen, man weiß, in was für einer Situation oder in was für einem Spiel man dann da ist. Dann hat man schon, glaube ich, so ein bisschen, ja, Achtung vielleicht als Wort oder so ein bisschen, ja, Nervosität. Man will es halt einfach dann auch richtig machen, also ein gewisser Anspang, die vielleicht in so einer Situation gut sein kann, die in so einer Situation vielleicht aber auch schlecht sein kann, weil man dann halt auch dazu neigt, vielleicht die ein oder andere Entscheidung eher so in die sichere Richtung zu treffen und vielleicht weniger Risiko eingeht. Was man ja in der zweiten Hälfte, wenn wir da dann gleich dazu kommen, gesehen hat, dass dann vielleicht zu viel Offensive dann auch manchmal schlecht sein kann. Aber ja, du hast schon gemerkt, dass man da sich immer wieder so ein bisschen, fand ich, auch selbst auf den Füßen gestanden hat. Ja, aber ich fand trotzdem, also die erste Halbzeit vor allen Dingen war die Eintracht, die dominierende Mannschaft. Also, ja, und das hat mir zumindest so, vor allem am Anfang, ich hatte da wirklich so ein Gefühl, es fühlt sich alles richtig an, diese ganze Umgebung, alles stimmt. Es ist das Heimspiel, es ist das erste Champions League Spiel, die Eintracht ist richtig heiß drauf, dominiert den Gegner und es hat sich richtig angefühlt. Aber dann kommen so die ersten Zweifel, wenn die Tore nicht fallen, weil du dann hinterfragst, ja, wann fällt es denn, was passiert denn, wann ist es denn soweit? Weil du dann natürlich weißt, wenn die Eintracht die Tore nicht macht, macht sie der Gegner irgendwann. Und der erste Schockmoment war dann diese Elfmeter-Szene, wo sich dann auch der VAR eingeschaltet hat. Weil da dachte ich mir, na guck an, genau so eine Scheiße jetzt, du dominierst den Gegner und dann kommt ein Elfmeter. Und ich habe es halt aus meiner Perspektive gar nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass da halt ein Zweikampf war im Strafraum. Und dass auf einmal Elfmeter gepfiffen wird. Und ich dachte mir, es sah aber irgendwie nicht nach einem Foul aus. Aber keine Ahnung, was sehe ich schon von der anderen Seite des Stadions. Und ja, dann wurde das ja gecheckt und auch richtigerweise dann nicht gegeben. Also letztendlich stand ja der Sporting-Spieler Lenz auf dem Fuß und nicht umgekehrt. Von daher, und das ging auch sehr schnell. Also wir kennen es ja aus der Bundesliga, manchmal wartest du ja fünf Minuten. Das war zum Glück diesmal nicht der Fall, deswegen, das war schon mal top. Ja, aber was ich an der Situation auch nicht verstanden habe, ist, warum läuft der Torwart dann da nochmal raus. Also man hat ja klar in der Realgeschwindigkeit und war das wahrscheinlich schwierig zu erkennen, aber du hast im Fernsehen in der ersten Wiederholung schon gesehen, Moment mal, die Füße sind genau andersrum. Da hätte auch einfach der Videoschrittsrichter sagen können, ey Digga, hör mal zu, der ist dem anderen auf den Fuß getreten und nicht so, wie das dann vielleicht aussah, ist nix, lass das Ding halt wieder sein. Also warum läuft der dann da irgendwie raus? Die Nummer hätte er sich dann da eigentlich auch sparen können, weil das war halt echt, klar ist klar. Aber ja. Ja, wobei er letzter Entscheider ist, wahrscheinlich wollte er dann sagen, okay, ich schaue es mir nochmal an, ich will es mit eigenen Augen gesehen haben und dann die letzte Entscheidung fällen. Und ja, aber jedenfalls, ich bin sehr happy darüber, dass das recht schnell vonstatten ging und man da jetzt irgendwie nicht ewig hängen gelassen wurde, weil es war letztendlich ja, wie du gesagt hast, eine klare Situation. Man hat es halt komplett im ersten Hinschauen gesehen, der Tritt, also der Tritt, der Fuß des Gegners stand halt auf Lenz Fuß und nicht umgekehrt. Von daher, ja, alles gut und ist ja auch dann zum Glück gut gegangen, aber in dem Moment ist mir schon das erste Mal so das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mir dachte, das kann es jetzt nicht sein. So kann es nicht starten und vor allem nicht mit einem Elfmeter gegen die Eintracht. Also das wäre schon sehr, sehr bitter gewesen. Ja. Zweiter Moment, wo ich kurz die Luft angehalten habe, war, das war glaube ich auch noch in der ersten Hälfte, der muss glaube ich gewesen sein, wo Sow dann eine ganze Zeit lang am Boden lag, weil da ja auch der Sporting-Spieler da den Fuß drüber hatte, wofür es glaube ich auch keine gelbe Karte gab. War das das Foul oder war das ein anderes? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, das war das Foul. An Sow, ne? An Sow auf jeden Fall. Ja. Das war glaube ich kurz vor der Halbzeit, oder? Das war relativ kurz vor der Halbzeit, wo es keine gelbe Karte gab, wo sich ja auch Götze nochmal aufgeregt hat, wo ich gedacht habe, gleich frisst er den Schiri. Ja. Zu Recht übrigens auch. Also der hält halt definitiv den Fuß da drauf, das ist schon sehr deutlich. Also da hätte es auch gerne mal eine Karte geben können. Jedenfalls war das so der Moment, wo ich auch kurz gedacht habe, so ey, nee, defensives Mittelfeld, da haben wir sowieso gerade nicht so große Auswahl, bitte nicht so. Aber er hat es ja dann relativ schnell dann wieder geschafft, aufs Feld dann auch zurück zu gehen. Boah, zum Glück. Ich hatte auch wirklich Angst. Also das wäre, das ist auch ein Szenario, das brauchen wir jetzt gar nicht. Also überhaupt nicht. Wir brauchen sowieso keine verletzten Spieler mehr. Es wird ja langsam schon wieder eng. Ja. Aber vor allem dann auch in dem Bereich, also zentrales defensives Mittelfeld, Abwehr, Außenverteidiger, diese ganze Hintermannschaft, sage ich mal. Ja, alles, was so defensiv ist. Da darf halt nichts mehr passieren. Ja. Das ist jetzt langsam wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Und wenn da Sow jetzt noch zusätzlich ausgefallen wäre, schon schwierig. Also deswegen sehr, sehr, sehr froh, dass das weitergehen konnte für ihn und da jetzt scheinbar nichts Schlimmeres passiert ist. Ja. Ja, und dann zweite Hälfte, es gab zur Halbzeit einen Wechsel, Lenz raus, der sich anscheinend, wie sich jetzt im Nachhinein rausstellte, eine Faszienverletzung zugezogen hat. Dafür dann Pellegrini rein, der nicht von Anfang an gespielt hat, weil er ja auch die Woche angeschlagen war und auch wohl noch nicht so ganz fit. Was ich schade fand, weil ich finde, vor allem in der ersten Halbzeit, es gab ja viele Standardsituationen auch für die Eintracht. Ja, und auch Eckbälle. Und ich finde, da hätte man gerade so jemanden gebraucht, weil das kann er, das macht er gut. Und ich fand jetzt Lenz hingegen, das war jetzt nicht so gut, die Standards, die er da irgendwie geschossen hat. Klar, trotzdem ansonsten eigentlich solide Leistung, also ich will jetzt gar nicht irgendwie auf Lenz einhauen oder so, aber Pellegrini hat da, finde ich, eine andere Qualität, was das angeht. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass der da ist. Klar, war jetzt nicht, aber trotzdem ärgerlich. Und es ist wünschenswert, also es ist erstmal gut, dass er nicht mehr verletzt ist, aber es ist auch wünschenswert, dass der schnellstmöglich fit wird, dass der auch länger spielen kann als immer nur, ja, so Pi mal Daumen 60 Minuten, weil der bringt schon auch nochmal eine andere Qualität mit. Ja, du merkst halt, er hat einfach in Italien eine etwas andere Schule genossen und ich war sehr begeistert, gerade auch bei den letzten Spielen. Weil die Ecken, die er dann da einfach so scharf vor das Tor zieht, ist halt schon einfach nochmal was ganz anderes. Aber ja, Pellegrini im Spiel und am Anfang hast du noch gedacht, so okay, die Eintracht tut sich ein bisschen schwer, aber die kriegt das noch irgendwie hin. Und dann hast du aber einfach gemerkt, Sporting kommt so immer mehr rein und dann fällt halt so ein bisschen aus dem Nichts dieses 0-1, weil du es auch da wieder irgendwie nicht schaffst, das Ding richtig zu verteidigen. Ich finde irgendwie auch, also die zweite Halbzeit insgesamt hat sich anders angefühlt. Es ist einfach so vom Gefühl her, wenn du zuschaust, wie das Spiel so läuft. Es hat sich anders angefühlt, nicht mehr so bissig wie die erste Halbzeit. Also ich fand, die Eintracht war richtig giftig und immer dran und ich fand, das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Das war aber, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet, dass sich Sporting auch richtig gut eingestellt hat auf die Eintracht. Also die haben da scheinbar in der Halbzeit eine Ansage bekommen und ein bisschen überlegt, wie machen wir es besser. Und das hat auch funktioniert, muss ich sagen. Klar, ich fand trotzdem noch, wie du gesagt hast, so den Anfang der zweiten Hälfte war es noch okay, so was die Eintracht auf den Platz gebracht hat. Aber ich glaube so, das 1-0 hat es dann wirklich ins Bröckeln gebracht. Also das fällt halt, das ist ein individueller Fehler. Die Verteidigung, ich finde auch generell, die Abwehr war einfach zu weit weg von den Gegenspielern immer. So ein Schritt zu weit weg, was mir in der ersten Halbzeit nicht aufgefallen ist. Da war man wirklich, da hat man am Gegner geklebt. Und ja, ich glaube, all das hat dann dazu geführt, dass du halt hinten liegst. Und seitdem kam man nicht mehr so gut rein. Also ich finde, Sporting hat dann so den Aufwind bekommen und gemerkt, okay, hier geht was. Unsere Konter sitzen, die haben halt wirklich richtig, richtig gut gekontert dann. Plus, die haben auch einfach ihre Chancen nutzen können. Also Trapp hat einmal, ich weiß nicht, ob es noch in der ersten Hälfte war, einen gehalten. Das war in der ersten Hälfte, wo der Ball auch kurzfristig, so ein bisschen unklar aufs kurze Eck kam. Und dann war Trapp relativ blitzschnell unten. Das war in der ersten Hälfte. Du hast kurz vor dem 1-0 schon gemerkt, da hatten sie ja schon den Schuss ans Außennetz. Da war es ja auch schon irgendwie knapp. Ja, und seitdem haben die halt fast alle ihre Chancen gemacht einfach. Also die haben gezielt gekontert und ihre Chancen genutzt. Und das war es letztendlich. Und deine Fehler werden halt, man merkt auf dem Niveau, die Fehler werden halt bestraft. Also du kannst dir da nichts erlauben. Plus, du musst deine eigenen Chancen halt, wie wir es immer sagen, du musst die halt machen. Vor allem auf dem Niveau. Wir hatten so viele Torschancen oder richtige Torschüsse. Sporting hatte im ganzen Spiel fünf und macht halt daraus dann drei Buden. Weil gut, beim ersten, da kommt halt irgendwie zum Unglück auch noch so ein bisschen Pech dazu. Zum einen stehst du halt… Abgefälscht so, ne? Ja, genau. Du stehst nicht richtig bei den Spielern. Dann versucht Ibimbe da noch irgendwie rein zu kretschen und fälscht damit den Ball noch ein bisschen ab. Dann kriegt der halt auch noch einen Trial in der Richtung, wo sich Trapp jetzt eigentlich wegbewegt. Dann hat der da natürlich auch keine Chancen. Schon auch unglücklich. Das ist halt dann auch unglücklich, ja. Und danach war es dann halt auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, man hat dann danach zu sehr versucht, okay, brechstangenmäßig, jetzt müssen wir den Anschlusstreffer schnell machen. Und ist dann halt in diesen nächsten blöden Konter reingelaufen. Und ich weiß nicht, wer die… Ich glaube, Edwards war es beim zweiten, der die Vorlage gemacht hat, ne? Ja. Aber wenn du dir halt in der Wiederholung anguckst, der kann halt im Sechzehner stehen, kann den Kopf hochnehmen, sich überlegen, so, oh, da guck mal, da läuft mein Spieler hinten rein, ich schiebe dem ja jetzt den Ball darüber. Also das darf halt nicht passieren. Der steht da halt wirklich eine Sekunde und kann sich überlegen, wann er den Pass spielt. Ja, der hat auch einen guten Tag erwischt, muss ich sagen. Plus, ja, das sah wirklich nicht so gut aus dann letztendlich, die Abwehr. Also der konnte ja zwei Haken schlagen und letztendlich war die komplette Abwehr ausgehebelt. Ja, und da fehlte dann das, was du beschrieben hast, da fehlt dann so ein bisschen der Biss, wo man dann vielleicht in der ersten Hälfte noch gesagt hätte, okay, da gehe ich jetzt ran. Das fehlte da, da waren wir so ein bisschen verdattert in der Situation eigentlich. Und beim 3-0 halt auch, wo man halt auch überhaupt nicht die Gefahr erkennt. Ich meine, das ist eine Flanke aus dem Halbfeld, die gefühlt irgendwie fünf Minuten da durch die Luft segelt. Wie perfekt kam diese Flanke auch auf den Spieler. Die kam großartig. Ich dachte mir so, das kann es doch jetzt auch nicht sein. Du siehst da dieses HB-Männchen, was irgendwie mit dem doppelten Turbo von der Mittellinie angesprintet kommt und unsere Abwehrspieler traben so ein bisschen mit und keiner hat auf dem Schirm, dass der genau jetzt in zweieinhalb Millisekunden in der gefährlichen Zone drin ist. Ja, das war bitter. Also ich finde, so das 1-0 hat dir schon so ein bisschen den Zahn gezogen, aber vor allem nach dem 2-0. Also das kam ja was ein paar Minuten später. Das war nicht lang, nicht mal fünf wahrscheinlich. Als 65. Zwei Minuten. Genau, innerhalb von zwei Minuten kassierst du zwei Tore. Das erste ist halt dumm. Beim zweiten vergisst du so ein bisschen deine, das was du halt eigentlich in der Grundlage einer Abwehr gelernt hast. Und bei dem anderen passt du halt, beim dritten passt du halt dann einfach nicht auf. Das war halt einfach zu hoch, das dritte dann nachher. Also es war so ein bisschen unverdient. Und dann hat man ja irgendwie gefühlt versucht, jetzt alles an Stürmern reinzuwerfen, die man noch hat. So, man musste jetzt halt irgendwas machen und man wollte irgendwie selbst auf den Anschlusstreffer gehen, glaube ich noch. Oder sogar auf den Ausgleich. Ich glaube, Boree kam direkt nach dem 1-0. Boree kam direkt nach dem 1-0. Da sagt ja auch Klaasner, da waren wir dann am Ende zu offensiv. Da haben wir so ein bisschen unsere Grundlage, auf die wir uns eigentlich besinnen wollten, ignoriert. Und das habe ich so ein bisschen verstanden, dass er auch selbst so ein bisschen die Schuld mit auf sich nimmt und sagt, okay, das war halt einfach nicht der optimale Move an der Stelle. Ja, das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Also ich verstehe schon den Gedanken, Boree bringen zu wollen oder auch Alario. Aber ich habe nicht ganz verstanden. Also klar, Bimbo musste raus letztendlich wegen Luft und allem. Der kann halt noch keine 90 Minuten spielen. Aber das war letztendlich ärgerlich, dass du dann einen zentralen, defensiven Mittelfeldspieler rausnimmst und einen Stürmer reinstellst, weil ich das Gefühl hatte, das hat halt komplett dein defensives Mittelfeld ausgehebelt. Also du hattest dann halt keins mehr am Ende. Ja, du hast halt damit dann Kamada zurückgezogen, neben Sow, was wir aber an anderer Stelle auch gesehen haben, was funktioniert hat, was wir ja selbst in unserer Aufstellung auch schon drin hatten. Aber du bist natürlich damit nochmal ein Stück weit mehr offensiver da unterwegs. Ja. Das war halt so das eine Ding. Und klar, dann kam danach ja noch Alario für Lindström und dann Knauf noch für Jakic. Und dann am Ende noch Hasebe für Kamada, der halt auch wieder einfach unwahrscheinlich viel gelaufen ist, dieser lieber Herr Kamada. Der war wahrscheinlich dann auch einfach lufttechnisch dann irgendwie drauf. Hinten raus hast du dann wieder versucht, mit Hasebe so ein bisschen die Stabilität dann vielleicht auch reinzubringen. Da hätte man vielleicht an der Stelle dann direkt sagen können, okay, dann nehme ich halt erstmal einen Hasebe für einen Ebimbo, setz den da in das Defensive im Mittelfeld und gucke halt dann, für wen ich dann noch Stürmer irgendwie reinbringe. Ja, letztendlich war das, glaube ich, wirklich zu offensiv. Ich verstehe den Impuls, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt du musst aufmachen letztendlich und du musst draufgehen, weil du verlierst das Spiel halt, wenn du es nicht machst, verlierst du es auch so. Aber es war letztendlich halt wirklich so, dass man da so ein bisschen, ja, alles nach vorne geworfen hat. Und ja, aber mein Gott, dann hat man halt noch das 3-0 kassiert. Gut, es ist jetzt nun mal so. Aber ich finde, das Ergebnis spiegelt letztendlich auch nicht das Spiel wieder. Weil die Eintracht schon gezeigt hat, finde ich, dass sie auf hohem Niveau mithalten kann. Das war eigentlich eine ordentliche Leistung bis zur, sagen wir mal, 60. Minute rum so, bis dann wirklich das 1-0 fiel, war das schon recht ordentlich. Und von daher bin ich da gar nicht so, ich gehe da jetzt nicht mit so einem Groll raus. Klar, es ist irgendwie schade und traurig und letztendlich auch zu hoch. Also es tut schon weh natürlich dann, dein Auftaktspiel 3-0 zu verlieren. Aber es war kein 3-0, dass du sagst, oh mein Gott, die Eintracht hat gar kein Land gesehen. Das war es halt nicht. Und von daher gibt mir das Hoffnung irgendwie jetzt. Sollte das einigermaßen klappen mit den verletzten Spielern, das macht mir natürlich ein bisschen Sorge. Aber so von der Grundidee und wie die Mannschaft sich präsentiert hat und gezeigt hat, vor allem auch in der ersten Hälfte, was da für Kombinationsfußball, One-Touch-Fußball dabei war, das war schon sehr, sehr schön anzusehen wieder. Und das hat mich begeistert und irgendwie auch stolz gemacht, so zu wissen, okay, das ist die Eintracht, die in der Champions League auf dem Platz steht. Und diesen Fußball da präsentiert. Top. Also dann, klar, Ergebnis ärgerlich, aber mein Gott, das ist jetzt nichts, woran man nicht arbeiten kann. So, es war jetzt das erste Spiel. Ja, und da muss ich halt jetzt im Nachgang sagen, also ich stimme dir in allen Punkten zu und was mich jetzt dann halt im Nachgang zu Hause auf der heimischen Couch sehr erzürnt hat, um mal hier wieder einen Fußball 2000-Spruch zu platzieren, ist halt alle die, die jetzt halt irgendwie schon direkt irgendwie den Niedergang des Abendlands gefühlt herbeisingen, so nach dem Motto, das ist jetzt alles irgendwie ganz drastisch und schlimm und alle haben sie irgendwie den Kader schlecht zusammengestellt. Das war ja schon, dass mich nach dem Ende des Transferdings, wo dann alle irgendwie angefangen haben und gesagt haben, oh, dieser Kader ist fürchterlich. Ja, er ist nicht ganz ausgegoren. Da sind bestimmte Stellen, wo wir auch gleich nochmal, wenn wir über Wolfsburg und eine potenzielle Aufstellung sprechen, jetzt einfach sehen, da sind wir ein bisschen dünn besetzt. Aber dieses direkte Niedermachen jetzt nach dem Spiel, es war das erste Spiel in der Champions League, du spielst halt einfach auf einem Niveau, wo halt so Unaufmerksamkeiten halt auch fucking schnell einfach bestraft werden. Und da können wir jetzt noch froh sein, dass es jetzt Sporting war und nicht vielleicht irgendeine Mannschaft, die an dem Tag irgendwie besser drauf war. Ja, also wenn wir jetzt mit der zweiten Halbzeit irgendwie ein Real gehabt hätten, was halt irgendwie super drauf gewesen wäre, dann wären es halt nicht drei Tore gewesen, sondern sechs oder sieben vielleicht. Also da muss man jetzt halt einfach draus lernen, aber es ist halt trotzdem doch einfach ein großartiger Moment und allein an diesem einen Spiel jetzt irgendwie daran festzumachen, dass deswegen jetzt irgendwie die ganze Saison gefühlt in die Binsen geht, das sehe ich halt einfach nicht. Also das geht mir jetzt einfach auch ein bisschen zu schnell. Verstehst du, was ich meine? Jetzt hat Patricia mich alleine gelassen. Wolltest du nicht mehr mit mir reden? Nee, ich hatte genug jetzt. Das war mir zu viel, das ging mir jetzt schon ins zu negative, dann bin ich gegangen. Ja, genau, richtig. Nee, aber kannst du das nachvollziehen, dass da jetzt nach dem einen Spiel jetzt so viele Leute schon irgendwie gefühlt das festmachen, dass die Saison deswegen irgendwie eine schlechte wird? Nee, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Ich bin da, glaube ich, relativ gechillt noch. Einfach, weil ich das Gefühl habe, man sieht, was der Plan ist, auch von Glasner. Man sieht auch schon Fortschritte. Man hat das gegen Leipzig gesehen, was diese Mannschaft leisten kann. Und natürlich, wie du gesagt hast, der Kader hat sicherlich Schwachstellen und ist sicherlich auch nicht zu 100 Prozent perfekt zusammengestellt. Aber man hat sich doch schon echt stark verstärkt, vor allem in der Offensive. Aber auch, wenn man bedenkt, dass man jetzt letztendlich Kamada und Ndika gehalten hat. Natürlich muss man jetzt überlegen. Man hat ja nicht nur irgendwie den Kader sinnvoll verstärkt. Ich meine, man muss halt bedenken, wir haben es geschafft, in Mouani ablösefrei in diese Mannschaft zu bekommen. Und was das für ein geiler Kicker ist, sehen wir. Wir haben einen Götze überzeugen können, zu dieser Mannschaft zu kommen. Wir haben es geschafft, Spieler wie ein Kamada und ein Ndika jetzt erstmal zu halten. Ja, die haben jetzt noch nicht eine Vertragsverlängerung, aber man weiß jetzt erstmal, die spielen bis zum Sommer 2023 noch hier. Man hat jetzt noch genügend Möglichkeiten, mit denen einen Vertrag auszuhandeln. Ja, man konnte einen Trab und einen Sow halten, die auch hochrangige Angebote hatten. Also hochrangig vom Namen her einerseits. Ja, oder halt von der Geldschatulle. Sow war halt nur Geld, aber trotzdem, das ist halt, dann denken die Spieler halt drüber nach und dass die sich dann trotzdem entscheiden, hier zu bleiben. Das wäre jetzt nicht immer so gewesen bei der Eintracht vor allem. Also, keine Ahnung, dann hast du einen Kostic verloren. Ja, das ist aber wirklich so der große Verlust und letztendlich musst du aber überlegen, du hast auch einen Pellegrini bekommen, der auch jetzt nicht besonders schlecht ist. Ich wollte gerade sagen, dass man Kostic nicht lange halten wird, das war klar. Dieser Wechselwunsch lag jetzt seit gut einem Jahr da auf dem Tisch. Der ist nie zurückgenommen worden. Das war absehbar. Ich finde, man hat angemessen an Vertragslaufzeit, Alter etc. da eine gute Lösung abschließend bekommen. Man hat Geld bekommen, wenn auch nicht auf einmal, sondern über drei Jahre. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der Downer an der Geschichte, aber man hat halt einfach Geld. Und man hat einen Pellegrini, der ja jetzt auch kein schlechter Spieler an der Stelle ist, der ein anderer Spieler ist, aber der ja kein schlechter Spieler ist. Also im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, hat man das durchaus gut gelöst. Da hätte man schon schlechtere Deals in der Vergangenheit haben können. Von daher finde ich, dass diese harsche Kritik, die dann da auch an vielen Stellen einfach zu lesen war, finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde, es gibt Leute, die wollen immer meckern. Das ist das eine. Aber das andere auch, was ist denn die Erwartungshaltung? Also die Eintracht spielt jetzt zum ersten Mal in der Klubgeschichte diesen Wettbewerb, die Champions League, so. Die Eintracht ist da zum ersten Mal eingezogen, weil sie den Europa Cup gewonnen hat im vergangenen Jahr. Das ist ja der Wahnsinn, dass wir überhaupt in diesen Sphären sind und darüber reden können und das alles erleben können. Ich weiß gar nicht, was da die Erwartungshaltung ist. Das ist auch noch eine recht junge Mannschaft, muss man ja auch sehen. Keine Ahnung. Also natürlich will man sich jetzt von der besten Seite präsentieren und sich nicht in jedem Spiel abschießen lassen, aber das sehe ich jetzt auch noch nicht kommen. Das war jetzt auch sehr unglücklich zum Teil. Klar, man hat auch eigene Fehler gemacht. Daraus wird man lernen. Man wird sehen, okay, pass auf, individuelle Fehler werden bestraft und du musst dich anpassen, du musst dich an dieses Niveau irgendwie gewöhnen und das wird funktionieren und selbst wenn nicht, wo ist denn die Erwartungshaltung? Also mit welcher Erwartungshaltung geht man da rein? Die Eintracht spielt Champions League. Gewinnt sie jetzt die Champions League? Wahrscheinlich nicht. Kann sein. Nein, aber weiß nicht, wenn man Dritter wird und dann in die Euroleague runter geht, ist das auch schon gut und vielleicht kann man sogar die Gruppe überstehen. Keine Ahnung, aber das ist, also das erwarte ich ja bei Gott nicht. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh wir werden Gruppenerster und das muss es jetzt auch sein. Ne, ich glaube, das sollte man auch nicht erwarten. Trotzdem kann man dieses Ziel formulieren und sagen, jetzt sind wir einmal da hingekommen, wir wollen eine Runde weiterkommen. Das finde ich vollkommen legitim. Auf jeden Fall. Und sagen, das ist das, wo wir hinwollen und ich finde es auch gut, das was du gerade gesagt hast, die Eintracht hat eine junge Mannschaft, die ist zum ersten Mal in diesem Wettbewerb und die wird daran wachsen und die wird daraus lernen und selbst wenn es nicht reicht, um damit in der Champions League zu bestehen, wenn wir lernen auf diesem Niveau mit Mannschaften, die in diesem Wettbewerb spielen, die ja auch alle nicht da sind, weil sie einfach irgendwie Glück hatten in der Lotterie, sondern weil sie ja auch in ihrer Liga was dafür geleistet haben, wenn wir es schaffen, dort uns weiterzuentwickeln und da ein Stück bisschen mehr zu bestehen, hat das auch wieder einen Vorteil für die Bundesliga. Ja, weil das, was wir da gelernt haben oder was die Mannschaft da gelernt hat, kann sie ja dann in die andere Liga übernehmen. Also von daher hat es doch einfach viele positive Seiten und ich finde, wie gesagt, diese harsche Kritik, die teilweise dann da formuliert wurde und ich weiß, einzelne in Social Media sind kein Abbild von allen, aber es hat mich trotzdem aufgeregt, dass da teilweise eben diese Kritik formuliert wurde, die ich komplett als ungerechtfertigt sehe. Ja, verstehe ich. Also klar, ich denke immer noch, jeder geht irgendwie anders, auch mit einer Niederlage um, vielleicht sind da auch Emotionen dabei, aber letztendlich gibt es schon auch immer Leute, die sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart mit der Mannschaft, mit dem Verantwortlichen ins Gericht gehen und das finde ich an diesem Punkt, also mir ist das jetzt gerade noch zu früh, weil es geht halt auch in die falsche Richtung. Also meiner Meinung nach, mein Gefühl ist, diese Mannschaft entwickelt sich und kommt voran und geht Schritte nach vorne. Wenn man aber so diese Kritik hört, klingt das ja so wie, wir steigen ab und wir sind die schlechteste Mannschaft der Liga und alles ist scheiße und das ist halt bei weitem nicht so. Also, aber ich glaube, das wissen wir auch und da sollte man sich vielleicht auch nicht zu sehr dran aufhängen, letztendlich. Ich habe den Hinweis verstanden, ich werde weniger komische Kommentare lesen. Genau. Wer jetzt schon direkt irgendwie Lehren aus diesem Spiel und aus den Folgen dieser Spiele jetzt ziehen muss, ist der Trainer Olli Glasner, der darf sich nämlich jetzt ein bisschen überlegen, wie er jetzt aufstellungstechnisch da am Wochenende vorgeht und da werde ich dich auch gleich fragen, liebe Patrizia, weil ich kann keinen anderen fragen, du kannst mir diesmal nicht ausweichen. Wir haben nämlich eine relativ lange Verletztenliste, wir haben ja immer noch das Thema, dass Touré und Buta nicht fit sind. Rode hatten wir ja vorhin schon gesagt, hat eine Muskelverletzung, wird also auch mal mindestens bis zur Länderspielpause oder bis nach der Länderspielpause, die übrigens am 25., 26., 24., 25. September ist. Muss ich auch nachschlagen, weil ich gedacht habe, es gäbe jetzt keine mehr vor dieser komischen Winter-WM, aber es gibt sie dann doch noch. Also bis dahin wird er mal mindestens ausfallen. Gleiches übrigens auch für Lenz, der sich wie gesagt eine Faszienverletzung am Wochenende oder am Wochenende sag ich schon, war ja gar nicht Wochenende, war ja unter der Woche, war ja gestern, zugezogen hat. Der wird nämlich auch bis mindestens dahin ausfallen und Ongoné, der jetzt ja gerade auch aus einer Verletzung wieder genesen war, wieder im Kader angekommen war, hat sich dann heute frühzeitig aus dem Training verabschiedet mit dem Hinweis Adduktoren, auch kein so geiler Hinweis. Ja und die von uns bereits angesprochenen Ebimbe und Pellegrini sind zwar theoretisch verfügbar, haben aber doch noch ein bisschen konditionellen Rückstand, was hatte Klaas noch heute in der Pressekonferenz gesagt, Ebimbe hat in den letzten zwei Spielen so viele Spielminuten gesammelt wie in der kompletten letzten Saison bei PSG. Da ist halt einfach konditionell noch so ein bisschen Luft nach oben, würde ich jetzt mal sagen, wobei wahrscheinlich momentan eher keine Luft nach oben, aber lassen wir das mit diesen komischen Worten spielen. Dementsprechend spannend wird es jetzt für dich, liebe Patricia, wenn du mir sagst, wie du in der Reinkarnation von Olli Glasner am Wochenende aufstellst. Das Gute ist, ich glaube, die Aufstellung kriege ich ganz gut hin, weil die Wechsel sind dann Olli Glasners Probleme und nicht mehr meins. Von daher, ich kann ja zum Beispiel Pellegrini von Anfang an aufstellen. Ja, sie findet immer eine Möglichkeit, sich hier rauszureden. Es ist großartig. Das ist halt Glasners Job und nicht meiner zum Glück, aber wir können da gerne anfangen. Also Trapp im Tor. Ja, very obvious. Ja. Ja, dann Viererkette. Jakic macht den Rechtsverteidiger wieder, weil ich finde, er macht das auch sehr ordentlich. Ja, also hat sich echt in diese Rolle irgendwie reingearbeitet. Tutor in Dika sowieso. Ja, und Pellegrini auf Linkswilster. Nicht, dass ich irgendeine Sperre oder sowas übersehen habe, aber ich hoffe nicht. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen zu früh. Weiß man ja nicht. Am Ende Smolcic oder so. Nee, der war ja schon. Der durfte ja schon am letzten Wochenende zumindest einen Kurzeinsatz machen. Ja, und jetzt ist er wieder gesperrt wegen irgendwas. Meinst du? Nee, nein. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Aber wie du sagtest, Pellegrini auf Links. Ja. Wie lange er es durchhält, ist dann letztendlich, wie gesagt, nicht mein Problem. Aber für die Startaufstellung reicht es für mich auf jeden Fall. Der war ja jetzt wieder da. Ja, auf der Doppel-Sechs Sow. Und Rode ist halt raus. Deswegen, Jakic ist auf rechts. Würde ich wieder Bimbe. Also der muss ja jetzt konditionell da ein bisschen arbeiten. Wie lang er kann, weiß ich nicht. Aber da würde ich halt wirklich dann entweder, du musst umstellen. Oder du überlegst dann Hasebe reinzubringen, der dann auf die Sechs geht neben Sow. Das ist halt die Frage, willst du da halt eher etwas defensiver? Oder willst du vielleicht genauso offensiv, wie du es jetzt gegen Leipzig auch gemacht hast? Dann könntest du natürlich auch anstatt einem Bimbe einen Kamada da hinsetzen. Wobei ich halt einfach finde, dass Kamada gerade in den letzten Spielen auf dieser Zehner-Position, auf dieser, ja, was ist das, Zehner-Links-Außen-Irgendwas-Position. Nee, bei einem Götze, der hat so geil da gespielt in den letzten zwei, drei Spielen. Das wäre halt echt schade, den da irgendwie nicht auf dieser Position spielen zu lassen. Ja, das stimmt schon. Aber letztendlich wäre es eine Option. Also wenn du überlegst, keine Ahnung, Ebimbe, vielleicht, dass es zu viel Belastung ist, dass du ein bisschen rotieren musst. Man muss ja auch bedenken, es ist ja nächste Woche auch schon wieder Marseille. Korrekt, Dienstagabend sogar. Ja, du musst halt jetzt so jonglieren. Und wenn du da eine Belastungssteuerung irgendwie einigermaßen noch reinbringen willst, mit den wenigen Spielern, die jetzt letztendlich verfügbar sind, wäre das vielleicht eine Option, dass man sagt, dann, keine Ahnung, Kamada wird jedes Spiel machen. Der ist fit und der ist Leistungsträger. Aber dass du wirklich so einen Ebimbe, dass du den halt schonst. Dass du sagst, hey, pass auf, der pumpt sowieso schon. Der bekommt dann halt am Wochenende die Pause und spielt wieder Champions League. Oder er spielt jetzt und spielt dann aber halt am Dienstag wieder nicht. Ja, weiß ich nicht. Also gegen Marseille willst du vielleicht jetzt auch, um jetzt nicht irgendwie schon zwei Spiele in Folge irgendwie in Sand zu setzen, könnte ich mir schon vorstellen, dass du dann da eher ein Ebimbe auflaufen lässt. Glaube ich auch. Weil der hat mir auch gut gefallen. Der hat mir echt gut gefallen. Also der hat ja, wie gesagt, im Vorfeld gesagt, er rährt dann halt alles weg, was irgendwie bei drei nicht auf den Bäumen ist. Was ich ja schon mal eine geile Aussage finde. Und er hat das auch, finde ich, echt gut gemacht. Auch technisch so. Also es gab so ein paar Szenen, wo der sich da so durchgewuselt hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, wir werden noch Spaß an dem haben, wenn er dann auch wirklich so bei 100 Prozent ist. Von daher glaube ich, ich glaube auch, dass der Ben dann eher Wolfsburg aussetzt als Marseille. Aber vor allem jetzt da halt Rode nicht da ist. Das ist halt so ein bisschen das Problem durch diese Situation, dass du halt im Transferfenster, und dann kommen wir zu diesem Thema von vorhin unausgegorener Kader an einzelnen Stellen, du hast halt keinen Rechtsverteidiger. Du hast halt damit die Situation, dass dir halt aktuell immer ein Spieler fürs defensive Mittelfeld verloren geht, solange du nicht irgendwie mit Chandler da spielen willst. Was ich halt einfach perspektivisch jetzt für eine Startaufstellung nicht unbedingt sehe, sei denn, du musst halt wirklich krass rotieren. So, aber damit ist halt immer einer potenziell weg. Dann hast du mit Rode jetzt den zweiten. Das heißt, du hast jetzt effektiv eigentlich so von der ersten Garde, die du da sehen würdest, wahrscheinlich zwei Spieler, und das sind So Ebimbe. Da wird es halt dann echt langsam ein bisschen dünn. Ja, aber ich überlege jetzt wirklich gerade, wenn wir Ebimbe wirklich draußen lassen, dass man wirklich dieses Kamada-So-Ding macht und dafür Boree wieder reinbringt. Also Kamada-So, dann spielst du mit Götze, Lindström und Kolo Mouani wieder, also dass du Mouani zurückziehst wieder auf seine, so ein bisschen diese Lindström-Position, so wuselig mit ein bisschen Tempo im offensiven Mittelfeld rumwuseln, weil der das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Der kann das. Und dass du dann noch Boree vorne reinstellst. Den dann aber auf rechts und Lindström dann auf links oder andersrum? Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß, deswegen stelle ich sie. Ja, die können sich meinetwegen auch abwechseln, wer sich wie gut fühlt. Also die können auch flexibel hin und her. Es kann auch einfach Mouani mal nach vorne gehen und dann geht ein Boree irgendwie nach hinten. Der arbeitet sowieso immer, finde ich, sehr viel defensiv auch mit. Von daher, das wäre aber noch so eine Idee, wo man wirklich Ebimbe ein bisschen schonen kann. Aber ein Boree, der eigentlich noch relativ frisch ist, der hat ja nicht so viel gespielt letztendlich. Den würde ich halt, glaube ich, schon gegen Wolfsburg aufstellen. Einfach, weil der, finde ich, defensiv gut mitarbeitet. Aber auch, das ist halt ein unheimlich wichtiger Spieler, ist gut im Pressing. Ich würde jetzt gar keinen Grund sehen, dass der wieder auf der Bank sitzt so eigentlich. Ja. Ist jetzt nur das Ding, wer geht dann, ja, auf die linke Seite, wenn, keine Ahnung, Lindström, Mouani, beide rechts. Aber ich glaube, das kann man schon irgendwie ein bisschen lösen, dass sie sich ... Du hast ja noch einen Alidu, du hast noch einen Knauf auf rechts, du kannst einen Alidu auch auf links. Also du kannst ja schon auch noch ein bisschen wechseln dann auch. Also ein bisschen Optionen hast du noch. Nicht viel, aber ... Kannst du auch, also keine Ahnung, je nachdem, ich weiß jetzt auch nicht, kann ich in die Spieler reingucken, wie die sich fühlen. Du kannst auch, also ich finde, klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär, Alario kannst du auch von Anfang an bringen. Das ist jetzt nicht, der ist halt nicht so in Form, finde ich, wie andere, hat sich auch noch nicht so gut reingefunden ins Team. Aber irgendwann wird auch der Knoten platzen. Und warum nicht gegen Wolfsburg so? Also die Möglichkeiten sind da. Und du brauchst halt auch Spielpraxis. Also du kannst jetzt halt auch nicht von dem Spieler erwarten, dass er irgendwie nicht so richtig in den Rhythmus reinkommt. Er kommt auch sehr undankbar immer rein. Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt auch die letzten Male, dann auch entweder halt dann, wenn die Messe schon gesungen war, so zum Ende hin. Oder halt wie jetzt gegen Sporting, wo du sagst, okay, da ist jetzt einfach Druck auf dem Kessel, da müssen wir jetzt ganz schnell noch den Anschlusstreffer. Also er kommt auch nicht so richtig in diese Situation, wo du jetzt sagst, okay, da kann er jetzt auch mal irgendwie befreit aufspielen, würde man, glaube ich, sagen. Auch immer das, wenn dieses spielerische, schöne Kombinationsspiel weg ist, wenn dann irgendwie nur noch so versucht wird, den Ball so schnell wie möglich nach vorne zu den Stürmern zu bringen, dann ist er drin und dann denke ich mir, okay, es ist auch ein bisschen unglücklich, weil, weiß nicht, die anderen, die Starter, die dann wirklich irgendwie in den ersten Minuten spielen, haben noch diese Frische, dieses, wo die Eintracht wirklich schön spielt und vielleicht sich dadurch auch andere Räume ergeben. Bei Alarius ist es immer so zugemauert und der Gegner führt vielleicht schon und steht sowieso dann ein bisschen defensiver. Er ist auch undankbar, muss man sagen. Also das halte ich ihm zugute, dass er auch, ja, nicht wirklich jetzt die Chancen hatte, sich da zu beweisen, mal in einem, ja, schöneren Spiel, sage ich mal. Für ihn war die Situation schon immer ein bisschen schwieriger, deswegen auch er ist eine Option. Das ist aber halt so eine, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt von Anfang an bringen, einfach weil Mouani ein krasser Spieler ist, der auch gut in Form ist, aber wenn er eine Pause braucht, gerne. Da sind wir halt noch relativ früh in der Saison und wenn du jetzt nicht irgendwelche konditionellen Themen sowieso hast, wie halt jetzt bei Ibimbe und bei Pellegrini, aber ansonsten sind wir halt noch sehr früh und du musst halt die Spiele auch so ein Stück weit einfach im Rhythmus drin lassen, weil, wie du schon gesagt hast, am Dienstag dann nächstes wichtiges Spiel in der Champions League, diesmal auswärts in Marseille, wo definitiv eine ganze Reihe an Eintracht-Fans da sein werden. Ich glaube nicht, dass dieses Karten-Kontingent, was da offiziell zur Verfügung steht, ausreichen wird, um alle, die sich da jetzt wahrscheinlich irgendwie im Laufe des Montags da auf die Strecke begeben werden, da werden ein paar mehr noch versuchen, irgendwie Karten zu bekommen oder haben schon bekommen und werden da im Stadion sein. Also es wird auf jeden Fall auch da nochmal laut und es ist ein wichtiges Spiel, es ist das zweite Spiel in der Gruppe und da willst du jetzt mal mindestens Tore sehen und auch mal mindestens einen Punkt mitnehmen, im Idealfall halt auch drei. Ja. Aber da werden wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, weil das ist halt A, noch sehr weit weg und B, ich glaube mal auf Holz, wissen wir nicht, wie das dann nach dem Spiel am Samstag aussieht, deswegen belassen wir es jetzt erstmal bei dem Samstagsspiel. Ich hätte aber gerne noch einen Ergebnistipp von dir, Patricia. Ich sage, man wird sich in Wolfsburg das Selbstvertrauen zurückholen, also gegen Wolfsburg, gegen Wolfsburg, wir spielen zu Hause. In Frankfurt. Richtig. Und drei zu eins gewinnen. Irgendwie dieses Gegentor fällt schon irgendwie noch wegen irgendwas Dummem, aber drei eins und man macht drei Tore und dann rollt es wieder und dann fühlt man sich auch wieder gut und weiß, man spielt sich jetzt so ein bisschen in Frust von der Seele, dass man das mit der Champions League jetzt noch nicht so geschafft hat. Ja. Ausfällen. Verletzt ist hier glücklicherweise keiner. Wir danken euch trotzdem dafür, dass ihr hier fleißig Woche für Woche zuhört, freuen uns auch wieder auf Kommentare von euch in den Social Media, auf YouTube oder sonst wo. In der nächsten Woche dann auch wieder am Donnerstag, also schreibt es euch schon mal in den Kalender, nicht Dienstag, weil Dienstagabend guckt ihr bitte Fußball, die Eintracht. Dann könnt ihr Mittwoch irgendwas anderes gucken und Donnerstag nehmen wir dann wieder auf und sprechen hoffentlich über Tore und Punkte gegen Marseille und gucken dann nach vorne auf das nächste Spiel, was, wenn ich das richtig im Kopf habe, Stuttgart sein müsste. In diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.